Nun warten wir auf die vielsagende Rede. Kommt von dort hinten. Muss noch eingepackt werden. Muss noch eingepackt werden. Das ist jetzt der Anfang. Es fängt an. Es beginnt. Ich verteile jetzt hier so Stifte und Sie können an die Kiste, was Sie über Roma denken. Also ich verteile jetzt hier einen Stift. Und ich hoffe, also ihr habt, schreibt mal bitte eure Gedanken, die ihr über Roma habt, an die Kiste dran. Und jetzt habe ich vier Stifte. Das ist schön. Also wer möchte, kann seine Gedanken über Roma, von Roma gerne an die Kiste schreiben. Ich verteile jetzt. Also mutig ans Werk. Ich auch. Möchtest du auch? Könntest du mir jemand schreiben? Ich verteile jetzt keine Kiste. Ah